wir haben mich doch gerade echt ein bisschen erschrocken was warum ist die drohe schon offen ich glaube die drohe soll eigentlich noch gar nicht offen sein oder ich muss mal kurz im mpg maker nachgucken im maker nachgucken weil wir die die trüge trüe ein wasser in den lieben fern das soll ein horrorspiel sein eigentlich ja war ich muss noch kurz nachgucken hier und wenn man monitor capture das außer immer ein bisschen dass man das gemacht hat aber egal ich muss noch kurz nach oben in der truhe war das stört mich jetzt doch weil ich will es doch wissen ob die truhe ob die schon ob die auf sein soll oder ob die eigentlich zu sein sollte so und wissen das ist ein ausfußkriegen da kann man ja so ganz gekommen ist nicht lesen aber so wegen der auflösung so guck dann wie das beschissen das sortiert ist halt hier die truhe da b schlüssel habe ich ihn schon mit dem koste nachkommen nein ich freue mich bitte also wer ist hier noch so danke so würde ich das haben b schlüssel habe ich schon ja dann war das doch richtig gut habe ich mich schon gefragt what the fuck so was haben wir jetzt welche schon sagen wir jetzt wir haben jetzt irgendwo ein schlüssel benutzt c glaube ich b und d steht noch offen ich glaube die volle stunde die reise ich jetzt eh nicht mal zu viel und da gleich meine stimme wieder eklig welle als was ich glaube ich mache es erstmal eine pause für heute und ich bin auch langsam doch müde morgen bin ich dann wieder 22 uhr und stream und dann ja ich sagen die monster morgen ich mache jetzt schluss über heute das recht doch erstmal stehen auch einen schönen abend was dort noch ist und ich gehe jetzt schlafen denn die in der viertel stunde und schlafen doch relativ von daher bis zum nächsten mal auf wiedersehen auf wiedersehen auf wiedersehen korax